Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Mafia 2 Part 12 Ähm, ja. Ja, steht doch einfach. Schießen doch einfach in den Kopf. Pass, an, pass. Anscheinend sind da wieder neue Autos. Oh ja, da. Der ist aber auch zäh, ne? Ich mein, zwei Schüsse. Der ist tot. Okay. Schnell, Vito. Das fette Schwein darf uns nicht entwischen. Okay. Okay, du zuerst, Vito. Du bist doch der Verdammt. Was haben wir gegen die Deckung? Du. Was war das denn, ey? Der ist auch tot. Wir sind gut dabei, ne? Lass mich raus! Mach die verdammte Tiere auf! Da ist einer. Oh scheiße! Pass auf! Schmort in der Hölle! Oh. Was zum Teufel war das? Alles in Ordnung, Jungs? Wird er mich verarschen? Verdammt! Der ganze Laden brennt! Was für ne Schnappsverschwendung! Oh. Oh mein Gott. Oh. Okay. Ich weiß, dass ich gegen die Schrotflinte also nichts anrichten kann. Das ist schon mal gut zu wissen. Und da oben ist einer. Komm schon, Vito! Wir müssen weiter! Ich kratze auf dem Radar. Der ist tot. Hast du die großen Jungs ausgesucht? Oh nein! Nein! Alles klar, Jungs? Ist nur ein Kratzer. Oh Gott! Oh Gott, nein! Der hat ne Schrotflinte. Okay, nicht getroffen. Der ist tot. Der ist auch tot. Das ist natürlich... Es geht voran, ne? Oh, oh. Da kommen neue. Und einfach mal... Umgebracht. Umgelegt. Alles... Super. Passt alles. Okay. Drück den Knopf wieder. Haben die keine guten Waffen? Wo ist denn der Knopf? Komm schon! Wir nehmen den Aufzug! Was zum Teufel soll das? Ich hab Durst. Verdammt gutes Zeug. Solltet ihr auch mal probieren. Er hat Durst. Ich soff nicht beim Arbeiten. Da kommen sie! Vorsicht, der hat ne Schnalle! Oh, 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 oh. Scheiße, die haben MP! Hä? Scheiße, das ist hier ne ganze Armee! Macht endlich was! Wir können hier nicht ewig rumsitzen! Was zum Teufel erwartest du von mir? Die ballern aus vollen Rohren auf mich! Vitor, mach was! Du bist hier der Fachmann! Och, nur weil ich bei der Armee war, eh. Oh! Oh! Okay, ich ball erstmal. Hm. Oh! Wir gehen Joe hinterher natürlich. Hier ist ja auch unser Kumpel. Los, der Schwein ist da oben! Ach so, ja. Genau, danke Joe. Alles klar? Muss ich da jetzt hoch? Klar wär sonst. Stirb Spaghetti! Stirb Spaghetti! Schiss Spatzbeind! Sehr! Oh! 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 Was haben wir denn für eine Waffe? Keine man! Nur die Fisse! natürlich schlecht gegen den wir haben ihn die waffe nehme ich die waffe nehme ich was das ist okay wo sich erwischt gar nichts ist okay schöne scheiße scheiße du blöd ist ja wie ein schwein verdammt dem scheißmaler in dem scheißarzt du ganz ruhig wir bringen dich gleich hin der grieche er wohnt in heilbrock das ist ja schwerer als du aussiehst wir müssen jetzt die brennerei vermissen hätten mir fast die eier weggeballert ach was der schuss ging meilenweit daneben ich hoffe mal wäre er wird es überleben vorsicht nein bitte ich will nicht sterben so ich bin derjenige der ganze schuppen bricht zusammen zusammen erst bewaffnet wo nein 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 nicht sterben nicht sterben wer ist denn der da noch einer bäm wallhack sorry sorry for that wallhack wir müssen schnell machen das feuer breitet sich aus oh oh ich weiß nicht ob wir das schaffen werden ja verdammter rauch hey wir sind v2 wie schaffend oh ich bin der auftrag kann ja nur umglück weg ich schwere dich nicht du glückspilz vor das kann auch nicht sorry leute also was war das denn gerade okay ich dachte ich verlebe das aber das schwein hätte mir fast die eier weggeballert naja okay ach was der schuss ging meilenweit daneben das geht ja jetzt ratzfatz ne ah ne jetzt kommt erst mal die explosion die irgendwie zehn jahre dauert oh ne hey vorsicht nein bitte ich will nicht sterben hör auf zu jammern sonst lass ich dich fallen oh pf ich bin derjenige der ganze schuppen bricht zusammen ja hast richtig gesehen Vito hey was ist los Zeit zum sterben da hinten da 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 so können wir gegen die ihn runter rennen gibt ja nichts mehr was wir kriegen und müssen wir natürlich aufpassen ach scheiße verdammter rauch ich weiß jetzt nicht wie wir hier durchkommen sollen einfach durch die mitte ja ne da oh okay ich höre Sirenen okay er hat's auch gehört das sind wahrscheinlich die polizisten wenn ich draufgehe hey 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 sag sowas nicht das ist nur ein kratzer der Doc fliegt dich im handumdrehen zusammen und dann gehen wir eine hin nein wörtlich sei lieber still dann sparst du deine kräfte habe ich mal in einem Film gehört ach ja und was ist mit dem an dem Film passiert abgekratzt na ja ok Tempo begrenzer du fährst ja wie meine Großmutter Tempo begrenzer bringt hier nichts in dieser Situation wir müssen ihn so schnell wie möglich wegbringen sonst wird er noch sterben das wollen wir nicht oh ne nein 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 ok das war sehr schlau von mir ich weiß oh ne die schießen auf uns ich hoffe die treffen nicht einen unserer Reifen da sind wir komplett ich hoffe wir dann nicht mehr die treffen mich was macht der wenn du so weitermachst hast du Henry auf dem Gewissen oh nein oh mein Gott oh komm schon geht die Karre nicht schneller wir müssen die Bullen abschütteln ich war so schnell ich kann verdammt das ist aber nicht schnell genug mach dich locker man ich hab ein Mordsloch im Bein und du sagst ich soll mich locker machen fahr mich zu El Greco verdammt hey Vito gib Gas Henry schwitzt schon wie ne Hure im Beikstuhl ich fahr schneller wenn du endlich die Klappe hältst hä ich wisch hier gar nichts mehr müssen wir auf einmal da lang also wer ist der Typ eigentlich welcher Typ der zu dem wir Henry bringen El Greco ein Arzt gib ihm ein paar Kröten und er fliegt dich zusammen ohne lästige Fragen genau zu dem Kerl geht man wenn man nicht ins Krankenhaus kann du Genie warum sollte man nicht ins Krankenhaus können wenn du im Krankenhaus mit einer Kugel im Leib auftauchst rufen die doch sofort die Bullen ja und El Greco arbeitet für viele Jungs aus unserer Branche du wirst ihn aber wohl nicht brauchen Vito bei dir verheilt es immer sehr schnell muss an deiner Ernährung liegen da fuhr okay oh man das gibt's doch nicht hey Henry nicht einschlafen halt durch ja halt durch Kumpel wir sind gleich bei El Greco ich kann jetzt schon das Loflake riechen aufmunterungsversuche was soll denn das oh Polizist was nein 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 was was war denn das alter zur Seite komm schon Vito bei dem Tempo sind wir zu Fuß noch schneller danke für die äh Komplimente Joe das ist uns immer ne große Hilfe naja ähm ich mach dann mal nen Cut bis zur nächsten Folge wer